Ja, hoi Leute und willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge Oddworld, New and Tasty. Wir sind hier beim großen Finale. Ape hat in der letzten Folge den Gluckins hier in ihrer Fabrik den Strom abgestellt und das finden die gar nicht lustig. Und jetzt müssen wir hier unter Zeitdruck durch den Bereich durch und... Ja, ich bin ein bisschen informiert. Geht das zuletzt sein? Es kommen noch sechs Mundarkens, also ich habe umsonst Panik geschoben. Wir haben alle gefunden. So, wir müssen wie gesagt unter Zeitdruck hier durch. So, da haben wir schon letzte Folge reingelaufen. Ähm, okay. Ich sollte die Bombe manuell ausschalten, damit ich da runterjumpen kann. So. War zu spät. So, alles gut. Da ist ein Schalter, der von Strom bewacht ist. Oh, fuck. So, zack, zack. Ist nicht hier in Erd. Oh, das geht langsam, okay. Ich dachte... Ah, ich war zu langsam, okay. Ich muss durch beide durch. Ah! Da wollte ich zu viel. So, jetzt warte ich erstmal. Warum hat der einen Schritt nach vorwärts gemacht? Das war zu früh. So. Alter, bin ich froh, dass es Kriegsafe gibt. Nein. Nein! Lass das, Abe! Ich hoffe, das hat nicht zu lange gedauert. Okay. Ah, das Timing habe ich noch nicht so wirklich raus. Okay. Okay, da ist der Stromschalter. Okay, alles klar. Und jetzt muss ich wieder zurück. Oh, durch diese Scheiße hier. Komm, beeil dich. So. Ah, scheiße! Ich habe die Minen vergessen. So. Wozu der Scheiße jetzt... Gut, das weiß ich allerdings nicht. Ach, der scheiße jetzt hier alles aus. Okay, alles klar. Die Minen natürlich... Ah, da kommt ein Pfarrstuhl. Okay. Sonst würde ich in die Hölle stürzen. Und hier müssten jetzt die Mudarkens sein. Ja, da sind sie. Hallo, warum hat der sich nicht aufgerichtet? Ich habe noch 1,20. Ich weiß nicht, wie knapp das ist. Ausmachen. Ich mache bei jeder Minen einen Quick-Safe. Ah, Mann, ich will zu viel immer. Das war zu spät. Cloud! Tu nicht immer in die... Quick-Safe! Verarschen! Ist nicht so einfach gerade. Okay, das ist ein kurzes Intervall. Das kann ich vergessen. Und danach kommt noch eine. Ja, das ist... Das ist der Moment. Okay, das war zu früh. Okay. Das ist ein kurzes Intervall. Die war grün! Die hat's alle gesehen! 1, 2, das ist zu früh. 1, 2, 3. Die ist grün! Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt! 2, 3. Ich mache mal... Okay, die ist nur ganz kurz grün. Okay. So, gebt mir... Und sie haben... ...eine Mutter Uckins gerettet! So. Die Uckins ist in die Luft! Hier sind die Uckins und jetzt... Verreckt in der Hölle! Ähm... Fuck! Äh... Okay. Das ist... ...nicht so gelaufen, wie das geplant war. Ja? Well, I rescued Mordokins... ...but who's gonna rescue me? ...'cause here I am. All right, Mord. Face to face... ...with Mord, the Gluckin. Toast! Go up! Okay. Okay? Ja, so sehen die Glackens halt wirklich aus. Das sind einfach nur erbärmliche Kreaturen. Oh, der Typ rettet mich. Nice! We'll see you next week! att ArcT Hey! 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 War's das? Ja, ne? Puh, gar nicht... gar nicht so viel. Ähm, dann hätte ich das noch in die letzte Folge reingepackt. Reingepackt. Na, ist auch egal. Die haben alle Mudakens gerettet. Das freut mich richtig... ...doll. Und... Ja, wenn wir unter der Hälfte der Mudakens gerettet haben, hätten, dann wären wir da in diese Händen, wären wir nicht gerettet worden und wären in diesen Hexler unten reingeflogen. Das ist dann das andere Ende. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play Spaß gemacht. Und ja, ich finde, das ist ein sehr geniales Spiel. Der Reboot ist sehr, sehr gut. Und die Musik ist ziemlich laut. What the fuck? Ich hoffe, man versteht mich vernünftig. Ähm, und ich hoffe, dass... ...der geniale Nachfolger von... ...die Apes Exodos irgendwann auch einen Reboot erhält, weil dieses Spiel ist ein Meisterwerk. Ja, dann verabschiede ich mich und man sieht sich dann bei anderen Spielen wahrscheinlich wieder. Schauen wir euch jetzt. Ja, ich fühle mich jetzt. Ja, ich fühle mich jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020